Hi Leute, herzlich willkommen. Also irgendeinen Grund habe ich anscheinend schon auszusehen, ich bin entmutet. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Alice Madness Returns. Ich habe die Musik ein bisschen zu laut schon mal, das hört mich gerade auf. Ich habe jetzt heute ein bisschen spezieller vor. Ich werde das Spiel immer wieder so nach einer bestimmten Zeit kurz so wie verabschieden und dann kurz danach wieder begrüßen, weil ich habe jetzt vor den Stream dann wie jetzt die vorherigen als Highlight dann zu speichern und somit kann ich dann ein bisschen kürzere Teile machen, weil das mit dem auf YouTube hochladen und dass das in 15 Minuten Teile gesplittet wird, hat nicht funktioniert leider aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum. Es ist dann trotzdem die ganzen eineinhalb Stunden gewesen, wo hochgeladen wurden. Dann kann ich ein bisschen kürzere Teile auch auf YouTube haben und hier auf Twitch auch. Das ist so der Haupt-Hintergrund-Gedanke, den ich habe. Und das wäre schon eigentlich alles gewesen, was ich eigentlich zu sagen habe. Es ist nichts Spezielles, was ich noch euch zu sagen hätte. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rein in Alice Madness Returns. Let's go. Ich habe jetzt alles so wie am Ende vom letzten Stream eingestellt. Also es sollte eigentlich keine Probleme mehr geben wegen Lags, hoffentlich. Und eventuell kann ich dann sogar die Grafik noch hochstellen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Was ich jedenfalls weiß, muss ich das Mikrofon ein bisschen tiefer nehmen. Sonst muss ich hier so über das Mikrofon oder neben dem Mikrofon vorbeischauen. Dann habt ihr ein bisschen einen anderen Ton von meiner Stimme. Und das ist mühsam. Mühsam. Wird man so sagen. Alles durchgeschaut. Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen, wo wir einzusammeln sind. Und wir sind weiterhin in dem Level, wo, nun ja, wenig oder weniger, ähm, versteckte Secrets sind, leider. Aber, mal schauen. Vielleicht finden wir noch ein paar. Äh. Ähm. Hallo? What the hell? Warum hat sie jetzt einfach weitergedreht, obwohl ich aufgehört habe, zu, äh, drehen? Hm. Keine Ahnung. In der Tatsache läuft hier komplett schief. Ich will noch kurz schauen, wie jetzt die... Mir, mir folgt der Controller nicht ganz. Hä? Warum folgt mir der Controller nicht? Wer's will, Alice nicht? Und jetzt will der Controller auch nicht mehr. Oh. Ist schon alles eingeschaltet. Ich hatte das bis jetzt nur beim Kleinwerden gemerkt. Weil dann manchmal Alice kleinbleibe, obwohl ich schon losgelassen habe. Aber... Darüber hätte ich ihn wegsehen können. Aber jetzt gehen wir rein, in die Gruft. Ich habe jetzt heute ein bisschen früher angefangen. Ich hatte eigentlich... Immer vor, früher anzubeginnen. Aber... Aber... Irgendwie... Markiert. Alice! Nein, bitte. Warum ist das so laut? Warum ist das so laut? Wow! Ähm. Warum will mein Controller nicht so wie ich will? Warum ist das so laut? Whoa. Ähm. 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 Was? Ähm. Oder ist es nur bei mir so laut? Warum ist es so laut? Hat sich irgendetwas kurz verstellt? Dann schalten wir mal Alice die Lautstärke auf 5. Wenn das immer noch so laut ist, dann muss ich... Ich sollte natürlich noch die Kamera anstellen, die Sicht. So. Tadaa! Wehe, es ist immer noch laut. Warte, komm zurück! Ich bin deine Rettung! Irgendwie... Ja, so könnte man es sagen. Ich bin eine Rettung. Irgendwie. Ich weiss auch noch wie, aber... Es wurde mir gesagt. Was ist mit dem? Hä? Hä? Was ist das? Okay. Huh. Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traumhaft. Gein Ding. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Genau, genau so, braves Mädchen. Ähm... Nichts? Ach, komm schon. Die Tür geht auf, ja. Ah. Okay. Ja gut, dann geht's rein. In die Gruft. Gruft Nummer zwei. Huh. Oje. Oje, oje, oje. Ach ne, das Baby. Zwei Babys. Oh, gosh! Okay. uhe Okay, die Babys sind schon mal weg. Das ist gut. Oh, jetzt aber. Habe ich ihn? Das war's. Gut. Würdet ihr dem ein erhörtes Gebet sagen? Ich bin da gar nicht so sicher, ob ich dem so sagen würde. Wohin? Achso, da runter. Ah! Ach, nie. Oh, ja. Wohin? Ja, das ist. So durch. Ja. Ja, ist ja gut. Oh, bitte. Hammerdampf. Für was war das mit der Zeitbombe? Gut. Ja. Ich beeile mich, ja. Ist ja gut. Du, ihr seid doch schon tot. Ihr habt Zeit. Irgendetwas versteckt hier hinten. Nee. Wahrscheinlich an irgendeinem anderen Level wäre hier etwas versteckt, aber hier natürlich nicht. weil es ein gottverfluchtes Unterwasserlevel ist. Man kennt's. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, jetzt kommen diese, diese, äh, bitte nicht. Ach, gut, das geht ja noch. Ich bin da. Warum? so jetzt nicht kommen wir durch die namen bitte Hö! Yo! Bro! Nicht cool! Wild Piraten fokussieren! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay Das wird witzig Muss ich warten bis das Zielpferd kommt Und ich sehen kann wo ich Springen muss Nein, 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 nein Alles Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wo hin? Okay Sehr weit Oh Gott Oh 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 Ah, rüber, so rüber, Flasche, nein, wieso habe ich die Flasche versucht zu holen. Okay. Wenn ich froh greift mich diese Haie nicht noch an. Oh, sie bleibt vorne da. Okay. Aufs Jump-Head. Und dann hier drauf und let's go. Oh je, oh je, oh je. Das wäre jetzt nicht, wenn sie hier noch ein Secret versteckt hätten. Okay. Alles klar. Hm. Gute Fahrt euch. Ja gut. Dann würde ich sagen, mache ich hier den ersten Cut oder Break. Und ja. So, auf die Kamera. Dann sag ich mal, jetzt für diese Folge jetzt hier auf YouTube. Äh. Viel Spaß. Äh. War schön. Und bis zum nächsten Mal. Und jetzt für die im Stream geht's gleich wieder weiter. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.